Warum rennst du eigentlich Frauen hinterher? Ich sag dir warum. Weil es fucking wunderschön ist. Und ich sag dir jetzt auch, wieso du das weiterhin tun solltest. Aber, mein Lieber, hier ist das Ding. Die meisten haben nicht verstanden, was es bedeutet, eine Frau wirklich zu vergöttern. Als ich angefangen habe, Frauen zu vergöttern, habe ich gedacht, dass das die Hollywood-Vorstellung schlechthin ist. Und ich habe genau die Fehler gemacht, die du auch gemacht hast. Ich habe Frauen viel zu früh, meine Liebe, gestanden. Ich bin ihnen hinterhergerannt und sie haben immer weniger Interesse an mir gehabt. Das hat nicht funktioniert. Also habe ich einen anderen Weg eingeschlagen. Und dieser Weg funktioniert. So habe ich meine Partnerin kennengelernt. So haben alle unsere Kunden ihre Partnerinnen kennengelernt. Und das ist auch der Weg, mit dem du die Richtige finden wirst. Herzlich willkommen zum Freundinnen finden Podcast. Dein Podcast für Männer mit Herz, um die Richtige zu finden und zu behalten. Let's go. Was ist passiert, als ich aufgehört habe, Frauen zu vergöttern? Vielleicht erzähle ich dir aber vorher, was passiert ist, als ich angefangen habe, Frauen zu vergöttern. Denn du kennst die Situation bestimmt so, wie ich, wie Dominik und wie viele Männer, dass da eine Frau in deinem Leben war, die du einfach mega, mega toll fandest. Und du warst verknallt, du warst verliebt und das Ganze war vielleicht in jungen Jahren und du hast dich Hals über Kopf in sie verschossen. Du hast vielleicht Dinge getan, die du heute so nicht mehr machen würdest, die man als sehr romantisch bezeichnen kann, wenn man möchte. Aber in Wahrheit war das alles nur eine Imitation von Dingen, die du in Disney-Filmen gesehen hast, in Hollywood-Filmen. Und du hast vielleicht einen Liebesbrief geschrieben, du hast der Frau ganz, ganz viel geschrieben. Wenn es per Textnachricht war, dann waren da endlos lange Nachrichten. Und du hast ihr deine Liebe gestanden und du wolltest eine Aussprache mit ihr haben, weil sie sich immer weiter zurückgezogen hat. Du hast ihr vielleicht sogar, während sie sich zurückgezogen hat, noch mehr Komplimente gemacht, noch mehr gesagt, du, ich mag dich aber wirklich sehr und ich mag dich, weil du so toll bist und dies und das. Und sie zieht sich währenddessen zurück, während du sie vergötterst. Und du stellst dir die Frage, okay, warum zieht sie sich denn zurück? Ich gebe ihr doch gerade genau das, was doch Frauen wollen oder etwa nicht. Frauen wollen doch einen Mann, der sich ihr hingibt. Ich habe das aus all den Filmen immer gesehen. Frauen möchten gerne einen Mann, der komplett ihr zeigt, ich bin dein und ich würde alles für dich tun. Das ist, was mich ausmacht als Mann. Das ist so eine Frage der Ehre, dass wir für Frauen da sind. Aber wir haben irgendwie die Erfahrung gemacht, dass Frauen dann immer weniger Interesse haben. Und dann sagen wir, okay, aber wenn sie darauf kein Interesse hat, hat sie dann wirklich Lust auf den Macho da hinten? Geht sie dann zu dem, aber der behandelt sie wie Mist, der ist doch nicht korrekt zu ihr. Warum geht sie dann zu ihm, wo sie keinen Respekt von ihm erfährt? Aber bei mir hat sie keine Lust. Als ich der x-ten Frau, das war dann im Studium, ich habe das schon oft in der Schule gemacht und dann auch im Studium, aber als ich dann der x-ten Frau im Studium meine Liebe sogar gestanden habe, weil ich mir sicher war, dass es diesmal klappt, dass ich diesmal alles richtig gemacht habe, nach all den Niederlagen davor, wo ich Frau in meiner Liebe gestanden habe und danach wurden wir nur Freunde. Weil dieser Frau, die war zu mir zu Hause eingeladen, wir haben einen Film geguckt, sie lag auf meiner Couch, sie hat ihren Kopf in meinen Schoß gelegt und ich habe meinen Arm auf sie gelegt und wir haben den Film zusammen angeschaut und ich dachte mir, das sind doch diesmal eindeutige Signale. Hier kann ich jetzt endlich das machen, was ich wirklich machen will. Ich kann sie vergöttern, ich werde ihr sagen, dass ich mich in sie verliebt habe. Und das wird sie richtig freuen. Da wird sie richtig glücklich drüber sein. Und dann habe ich sie nach Hause gebracht und natürlich nicht geküsst, da ist überhaupt nichts gelaufen. Hätte ich mich ja niemals getraut. Aber dann habe ich sie nach Hause gebracht und habe ihr meine Liebe gestanden. Richtig, das sind ja auch Einstellungen, die vielleicht von Filmen kommen. Das macht man nicht beim ersten Date, das braucht Zeit und so weiter. Das sind alles Dinge, die wir von außen eingetrichtert bekommen haben. Also habe ich das genauso gemacht. Und dann habe ich ihr meine Liebe gestanden und ich werde nie vergessen, wie sie geantwortet hat. Sie hat mich angeguckt, hat den Kopf so zur Seite gelegt, mitleidig im Gesicht und hat gesagt, Och, Andi, fast schon enttäuscht, dass ich ebenfalls so einen groben, fahrlässigen Fehler gemacht habe. Dass ich ebenfalls in dieselbe Falle getappt bin und sie hat von mir mehr erwartet. Und das hat richtig wehgetan. Das hat richtig wehgetan und es hat mich auch in diese Konterreaktion reingeführt, die wir kennen. Dominik, du hast von Karl Gustavs Jung von seiner Parallele erzählt. Vielleicht kannst du das gerade noch mal sagen. Ja, klar. Also das ist ja das, was wir halt so oft sehen. Mit Männern, die halt so irgendwie versuchen und versuchen, es der Frau recht zu machen. Und dann rutschen sie halt zwangsläufig irgendwann, wenn halt Stromberg würde sagen, auch mein Fass hat Grenzen. Und wenn es da immer wieder reintropft, ist irgendwann der Boden raus. Wenn halt irgendwann der Boden raus ist aus dem Fass, dann rutschen sie halt zwangsläufig in die Überkompensation. Und das ist das, was halt so, weil du jetzt Jung erwähnt hast, da hat er vor 100 Jahren, über 100 Jahren schon drüber geschrieben. Das ist halt hinlänglich bekannt, dass es normal ein menschliches Verhalten ist. Wir haben halt irgendetwas, was wir vergöttern. Also irgendein göttliches Wesen, das kann halt irgendwie, das kann die Frauenwelt sein. So besonders halt, wenn wir aus der Ecke von extremer Einsamkeit kommen. Das kann Geld sein, irgendetwas anderes. Also irgendetwas, was wir halt zu unserem Götzen machen, was wir in Anführungszeichen anbeten. Und dann merken wir, also wir opfern uns auf dafür, für die Gunst, dieses, was wir halt dann anbeten. Dieses hohen Ideals. Ja, genau. Das Ideal oder auch entsprechend irgendwie so, also die Weiblichkeit. Also viele Männer, die halt auch aus der Einsamkeit kommen, die haben ja nicht irgendwie das Ziel, okay, diese eine Frau. Dann wäre ich ja happy. Sondern es ist eher Hauptsache irgendeine Freundin, irgendeine Frau erstmal. Und damit ist es halt so, dann nicht irgendwie jemand Bestimmtes, sondern es ist so die Frauenwelt generell, die halt dann viele Männer dann an dieser Stelle anbeten. Und so ging es dir ja, Andi, so ging es mir genauso. Also halt, das musste jetzt mal bei einer hoffentlich klappen und so weiter. Das ist ja dann auch so unser Schlachtruf gewesen damals. Und ja, also auch ein sehr, sehr, sehr schwacher Schlachtruf für eine sehr schwache Schlachtruf. Diesmal muss es klappen. Ja, aber so war es. Das hat mich am Leben gehalten, dieses diesmal wird es klappen. Diesmal wird sie mich endlich anerkennen für den Mann, der ich bin, für das, was ich zu geben habe, für das, was ich zu bieten habe, für all die Liebe, die in mir steckt. Diesmal wird sie es sehen. Und ja, das ist eigentlich noch ein guter Punkt dazu, weil das ist ja Hoffnung. Und solange wir die Hoffnung haben, damit auch sagen wir die, also solange wir Hoffnung haben, sagen wir, die Welt ist gut. So, ich werde schon für meine Aufopferung belohnt. Und solange wir das haben, so bleiben wir auch am Ball und dann ziehen wir halt aus den letzten Reserven Kraft und Hoffnung. Und aber was halt passiert ist halt so, wenn wir halt uns weiter aufopfern, opfern, opfern für dieses Ideal, was wir erreichen möchten. Und dann werden wir nicht belohnt, auch nach langer Zeit nicht, werden wir nicht belohnt dafür. Dann gibt es halt immer zwei Optionen, vor denen Menschen stehen. Option eins ist, die Aufopferung nochmal verstärken. Anscheinend ist meine Message, meine Nachricht an zum Beispiel die Frauenwelt nicht stark genug gewesen. Deswegen musstest du, Andi, ja zum Beispiel dann auch direkt oder so schnell wie möglich sagen, hey, ich habe mich in dich verliebt. Als ob das halt so der Zauberspruch wäre, um halt die Frauenwelt dann zu überzeugen. Ja, etwas zu besiegeln, es offiziell zu machen, weil wir Männer, wir wollen ja immer, wir wollen am besten Brief und Siegel haben. Deswegen auch eine klare Abmachung, wir sind zusammen. So, dann wird nicht mehr fremdgegangen und darauf kann ich mich verlassen und deswegen kommt der Ring an den Finger und wir können uns beide darauf verlassen, wir gehören zueinander. Und genau so ist dieses Aussprechen. Ja, es ist wie ein Zauberspruch, es ist ein Siegel. Ich mag dich, willst du mit mir gehen? Ist jedenfalls die Hoffnung, dass es solche klaren, ja, nein, binären Entscheidungsmomente gibt. Genau, und da ist dann ja auch diese, also jetzt mit diesem Hintergrund das Aufopfern und so diesen Spruch, diesen Zauberspruch, der das besiegelt, aufsagen. Und mit diesem Hintergrund ist es dann ja auch gar nicht so verwunderlich, warum wir von Liebe gestehen sprechen. So, was sind andere Dinge, die wir gestehen? Ein Verbrechen gestehen wir. Etwas, was falsch ist, das gestehen wir. So, als ob halt sich in jemanden verlieben oder Liebe zu jemandem empfinden etwas Falsches wäre und wir müssen das gestehen. Und weil wir das gestehen, haben wir halt dieses Opfer schon gebracht und weil dieses Opfer so groß ist und wir endlich gestehen, jetzt muss doch endlich bitte die Weiblichkeit mir meine Belohnung geben. So, das ist halt immer noch Option 1, die stattfindet. Und wir stellen dann halt irgendwann fest, das ist dann schließlich Option 2, auf die es langfristig hinausläuft, dass diese Göttlichkeit, von der wir die Geschenke, die Versprechungen haben wollen und die nicht liefert, wir stellen fest, dass wir das nicht geliefert bekommen und switchen dann, also rutschen dann ins andere Gegenteil, also ins komplette Gegenteil über. Also in das Verteufeln dieser Göttlichkeit. Ich habe mich so viel aufgeopfert und wenn diese Göttlichkeit mir immer noch nicht meine Präsente gibt, dann muss das der Teufel sein. Und das ist das, was wir halt auch sehen bei so vielen Männern heutzutage. Sie verstehen Frauen nicht, weil Frauen nicht so denken wie sie, weil Frauen nicht so denken wie Männer und sich halt auch nicht so verhalten wie Männer. Und weil auch entsprechend dieser Tanz von Flirten und Verführung auch einfach ein Tanz ist und kein irgendwie eine Matheformel. Und das halt mit dem logischen, rationalen Denken des männlichen Gehirns nicht so gut einhergeht, verstehen sie halt auch die Weiblichkeit nicht und das Weibliche nicht und die Frauenwelt nicht. Und sind dann enttäuscht nach einiger Zeit und verteufeln dann die Frauenwelt. Und einfach nur, weil sie halt auch nicht verstehen, wie Frauen denken und möchten dann ganz gerne halt auch irgendwie, dass Frauen so denken wie Männer. Und dann ist das immer, was ich mich frage, irgendwie möchtest du halt wirklich eine Frau an deiner Seite oder halt irgendwie einen besten Kumpel mit Brüsten? Also möchtest du halt irgendwie wirklich so eine Ergänzung für deine männliche Energie oder möchtest du weitere männliche Energie in deinem Leben? So, das hat schon seinen Grund, warum es männliche und weibliche Energie gibt, warum es Männlichkeit und Weiblichkeit gibt, weil sich beides ergänzt. Das ist eine Synergie. Und genau, also da hat halt Jung vor über 100 Jahren schon drüber geschrieben, das ist dann auch im Zuge so, falls es dich interessiert, von Animus und Anima. Das sind die Schattenseiten eines jeden Menschen und das Männliche hat eher so die Anima als Schattenseite, die unterdrückte Weiblichkeit oder die göttlich unterdrückte Weiblichkeit. Und der Mann, die Frau hat entsprechend die göttlich unterdrückte Männlichkeit in sich. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Ja, aber vielleicht auch da haben wir alle in Aspekten beides in uns und wir unterdrücken auch in Aspekten beides in uns. Das ist es ja gerade, was dann so problematisch wird, wenn du aus dieser traurigen Erfahrung mit Frauen, dass deine Liebe nicht rezipiert wurde, dass du nicht von einer Frau zurückgeliebt wurdest, wie du ihr die Liebe gestanden hast, dass daraus dann diese Kontrareaktion kommt. Und diese Kontrareaktion schweift dann halt sehr in, okay, alles klar, wenn dieser Archetyp, dieses romantischen Hollywood-Helden nicht funktioniert, dann welcher Archetyp funktioniert dann? Dann anscheinend der Arsch. Okay. So. Und manche entscheiden sich dann dazu, manche nicht. Manche sagen, na, der bin ich einfach nicht und dann soll es halt nicht so sein. Lieber bin ich, wer ich wirklich bin und habe halt keine Freundin, als dass ich mich selber verrate. Und Hut ab. Wir können noch weiter darüber sprechen, warum das aber auch problematisch ist, weil das hat mit Ego zu tun. Darüber haben wir einige Folgen schon längst gemacht. Auf der anderen Seite, das andere Extrem, alles klar, dann werde ich halt dein Arsch. Ja. Und dann beziehst du dich auf mehr dieser, in Anführungsstrichen, klassischen männlichen Eigenschaften, von denen du glaubst, dass sie männlich seien. Also wie Stoizismus und Gefühle unterdrücken und krasse Disziplin und kalte Schulter zeigen, dir ist es egal, wenn irgendwas schief geht oder eine Frau kein Interesse hat. Es ist alles egal, alles egal. Frauen sowieso, egal, egal. Ich mache mein Ding. Und die Frauen folgen dann. Und das driftet dann leider immer weiter in andere Extremen, dass du dann halt, wie du gesagt hast, dann verteufelst du deine Gottheit. Und dann sagst du, okay, alles klar, Frauen sind sowieso nicht wert und ich habe eh nichts davon und sie sind nur gut für zwei Sachen, was weiß ich, und die kann ich mir auch anderswo holen. Und das wird immer, immer trauriger, toxischer. Dein Weltbild wird immer abstruser. Das sind auch nicht die Menschen, die wir ansprechen. Ist mir bewusst. Aber immer wieder kommen Menschen, die so ein bisschen gefangen waren in dieser Red Pill-Denke und finden dann ihren Weg zu uns. Und entweder geben sie uns dann ganz viele eklige, wer braucht das schon, Kommentare und ihr habt keine Ahnung vom Leben, Kommentare, bla, bla, bla. Und das ist natürlich auch willkommen, weil solange du nicht beleidigen wirst, hilfst du da mit dem Algorithmus und damit hilfst du dann auch uns mit deinen Kommentaren. Aber natürlich lesen wir auch sehr gerne die Kommentare von euch Männern mit Herz. Und die freuen uns natürlich noch viel, viel mehr. Also gerne hinterlasse einen Kommentar. Wenn du eine Frage hast oder vielleicht einen Themenvorschlag für weitere Folgen, dann in die Kommentare. Sehr gerne. Wenn du auf deiner Plattform Podcasts hörst in Audioform wie Apple Podcasts, Amazon oder Spotify, dann hinterlasse eine Bewertung. Freuen wir uns auch sehr gerne darüber. Diese Kontrareaktion ist jetzt mal beiseite gestellt, weil das sind nicht die Männer, die wir hier ansprechen. Das sind nicht die Männer mit Herz. Das war ich auch nicht. Aber diese Seite hat etwas Attraktives, Anziehendes für uns. Diese Seite funktioniert nämlich scheinbar. Der Asi zu sein, bekommt mehr Aufmerksamkeit von Frauen, scheinbar. Und das ist anziehend. Das ist zunächst einmal, okay, aber ich möchte mir vielleicht auch eine Scheibe davon abschneiden. Warum klappt das denn bei ihm? Und in dieser Kontrareaktion, die du dann aus dem Romantikertyp vielleicht in den Asi-Typ hast, gehst du manche Charaktereigenschaften, gehst du dort einen Pakt mit dem Teufel ein und übernimmst manche Charaktereigenschaften, wovon einige tatsächlich sogar hilfreich sind. Nennen wir sie einmal, früher die Vergötterung, die Verehrung hat nicht funktioniert. Okay, dann brauche ich das alles nicht, brauche Frauen nicht, ich gehe in die Unabhängigkeit. Ist mir alles egal. Und bei der Unabhängigkeit, da machst du dann Erfahrung, dass Frauen doch irgendwie Interesse an dir haben, weil du zeigst ihnen, dass du kein Interesse hast und das bringt sie irgendwie dazu, dir mehr hinterher zu rennen, weil sie fasziniert sind. Okay, warum braucht er nicht meine Aufmerksamkeit wie alle anderen Typen? Warum rennt er mir nicht hinterher wie alle anderen? Irgendwie hat er was. Das ist eine schöne Erfahrung. Das gibt dir Bestätigung, das zeigt dir, dass du anscheinend doch attraktiv und begehrenswert bist. Gar nicht so schlecht. Exakt, das ist dann aber der nächste Schritt. Denn was du komplett damit außen vor lässt, ist, dass es gefühlskalt ist. Und wenn es gefühlskalt ist, dann kannst du damit keine wirkliche emotionale Bindung aufbauen zu den Erlebnissen, die du in dieser Zeit hast. Es wird sogar eine Störung dieser Gefühlswelt verursacht, was im Langfristigen extrem schädlich für dich und deine Bindung ist. Gefühle sind dann der Feind. Du darfst keine positiven Gefühle gegen irgendjemand haben. Und das ist dann auch so dieses, bevor es diese Aussage von toxischer Männlichkeit gab, gab es ja, also gab es das nicht. Aber davor wurde es halt irgendwie so klassifiziert als Mann. Hast du irgendwie nur zwei Gefühle und die sind einfach nur Wut und Hass. Und wenn du die fühlst, dann bist du ein Mann. Und das ist so, also einfach die Gefühle von Aggression. Und solange du aggressiv bist und laut bist und einfach knallhart Grenzen zeigst, ja, dann bist du männlich und so weiter. Und das ist das, worauf es dann hinausläuft, wenn du sagst irgendwie, okay, ich komme halt irgendwie aus der Ecke von Vergötterung. Und ich nenne es mal gerade so Vergötterung ohne Substanz. Also ohne Fundament vielmehr. Vergötterung ohne Fundament. Und dann merke ich, das funktioniert nicht. Und dann gehe ich halt irgendwie in die Überkompensation und merke irgendwie, dass halt so unter dem Deckmantel der Unabhängigkeit ist es eigentlich nur Gleichgültigkeit. Also auch, wie du gerade gesagt hast, Andi, so Frauen sind mir egal. Also immer, also egal, egal bedeutet, es ist gleich. Also es ist gleich, ob du jetzt hier bist oder nicht. Und nicht. Und nicht, genau. Ob du nun hier bist und nicht. Bleibt alles so, wie es ist. Und diese, und das stimmt halt nicht. Das ist halt das Ding. Das ist, vor einiger Zeit hatten wir auch eine Folge darüber irgendwie, wie es dir egal wird, was andere von dir denken. So, die heißt nicht so, aber es ging darum. Und wir sind Menschen und es kann uns halt niemals egal sein, was andere von uns denken, weil wir soziale Wesen sind. Wir sind so, die Gruppe hat uns stark gemacht. Die Gruppe hat geholfen, dass wir überleben. Wir sind Gruppentiere, wir sind soziale Wesen. Also uns wird niemals egal sein, was andere von uns denken. Aber das ist dann halt so dieser Deckmantel, weil es sich dann irgendwie erstmal mächtig anfühlt. Ja, ich bin gleichgültig und ich habe jetzt unter dem Deckmantel Unabhängigkeit. So, Frauen sind mir egal. Aber sind es halt nicht, weil du halt immer noch eine emotionale Reaktion darauf hast. Und dann wird halt diese emotionale Reaktion auf eine Frau, dass halt eine Frau dich emotional irgendwie reagieren lassen kann, sprich dich triggern kann, ob jetzt irgendwie positiv oder negativ. Das heißt, ob du dich irgendwie von ihr hingezogen fühlst und irgendwie verführt fühlst von ihr. Oder ob du jetzt irgendwie sagst, da ist eine Frau und die will mich verführen. Was für eine Piep. Das ist halt eine emotionale Reaktion. Und dann ist das Einzige, auf das du zurückgreifen kannst, um dich halt noch in irgendeiner Weise trotzdem lebendig zu fühlen, sind halt die Gefühle von Wut. Es sind nicht die Gefühle von Schuld, Scham, Depression, die halt da drunter sind, die halt weniger Leben in sich tragen. Weil das fühlt sich halt auch nicht gut an. Du willst halt die, die mehr Leben in sich tragen, mehr Exklusivität in sich tragen. Das sind die Gefühle von Wut, Stolz, in irgendeiner Form Macht und die Ego-Gefühle, die halt in irgendeiner Form sagen, ich bin besser als die Frau. Und das ist das, worauf es hinausläuft. Und das ist das, was ich halt auch so, einfach nochmal, noch einen geraden Satz dazu, was ich damals, ich habe vor fünf Jahren mal einen Artikel über die NoFab-Community geschrieben, ist noch bei uns auf der Webseite. Und was mir dabei aufgefallen ist, also es gibt halt diese Bewegung von Männern, die halt sich da untenrum nicht anfassen wollen. und sagen dann halt so, ja, das ist halt so super hilfreich und so weiter. Also ob du das machen möchtest oder nicht, ist mir völlig egal. Ist mir völlig egal, was du unter der Bettdecke machst. Aber das hat eine extreme Pervertierung mit sich gezogen. Und das fand ich so alarmierend, ist das das Wort? Alarmierend? Also ich habe mir dann diese Foren angeschaut und so weiter. Und also erstmal gab es halt dann genug Männer, die gesagt haben irgendwie, Oh nein, ich habe meinen Streak, was ist das auf Deutsch? Mein Lauf irgendwie. Mein Lauf von 1000 Tage, mich nicht anfassen. Ich bin rückfällig geworden nach 1000 und zwei Tagen und so weiter. Oh Gott, ich muss sterben und so weiter. Das war halt dann immer so das, was so mitgeschwungen hat. Immer so, dass sie halt dadurch schlechtere Menschen sind, weil sie menschlich geworden sind. Aber dann gab es halt eine größere Pervertierung im Laufe der Zeit. Und zwar halt so kein, also neben NoFap dann keine Pornos, keine Masturbation und kein Orgasmus. Und diese Bewegung hat sich halt dann noch mal weiter übergespitzt. Und das haben dann Männer gelernt, so dass sie halt irgendwie, weil sie vielleicht aus der Ecke kommen, von extrem viel Masturbieren, dass sie dadurch extrem weich geworden sind und Spielball ihrer eigenen Emotionen und süchtig danach geworden sind. Und haben dann gemerkt, okay, wenn ich das nicht mache, dann fühle ich mich irgendwie mehr gegroundet, mehr geerdet, mehr ich. Und was sie dann, also zig Beispiele in diesen Foren. Sie haben dann eine Verbindung gezogen zwischen, die Frau ist schuld daran, dass ich so weich geworden bin vorher. Und jetzt habe ich die Macht über die Frau, weil die Frau mit ihrer Sexualität keinen Einfluss mehr auf mich hat. Ich bin stärker, mein Kopf ist stärker als die weibliche Sexualität. Und das hat dazu geführt, dass Männer, und da gab es einige Videos drüber, wirst du wahrscheinlich immer noch auf YouTube finden, die dann abfällig und angeekelt geschaut haben, wenn sie über Frauen gesprochen haben. Jetzt habe ich eine ganz lange Kette gezogen, aber es ging ursprünglich darum, dass halt so diese, ja, einfach, wie gesagt, diese Pervertierung stattfindet von, die Frau hat in irgendeiner Form Macht über dich. Du glaubst das, also, dass sie halt in irgendeiner Form Macht über dich hat. Und weil du halt dann irgendwie, dann spürst irgendwie, ja, ich habe doch auch irgendwie Macht über mein Leben, glaubst du dann wieder, das ist eigentlich auch das Beispiel, was ich am Anfang gemacht habe, dass sie halt irgendwie der Teufel ist, dass sie böse ist. Und das ist so, es ist unfassbar. Und wir glauben dann, also wir als Mann glauben dann, dass das jetzt endlich der heilige Gral ist, dass eine Abstumpfung, eine Gleichgültigkeitshaltung dazu führt, dass wir jetzt plötzlich langfristig die Frauen kriegen. Dabei führt das nur zu noch mehr Spaltung, zu noch mehr Einsamkeit. Das, was du eigentlich vermeiden wolltest. Und das ist auch, was Andi jetzt gerade meinte mit, das klingt halt so attraktiv erstmal, so diese Egalhaltung, aber das ist sie nicht. Es passiert, wenn du das Werkzeug, das du gefunden hast, um ein Problem zu lösen, zu deinem Allerweltswerkzeug machst. Dieses Werkzeug nutze ich in jeder Situation. Du hattest immer Probleme, diese Nägel in die Wand zu bekommen und hast deine Hand da reingedrückt, hat deine Hand wehgetan, du hast irgendwie dann gewackelt, wir werden auch nicht reingehen, hast versucht, die zu drehen, zehn nicht. Den Nagel angeschrien. Angeschrien, hast ihn geküsst, hast alles Mögliche gemacht, hast ihn vergöttert und dann irgendwann findest du einen Hammer. Oh, jetzt funktioniert es, der Nagel geht rein. Perfekt. Super. Der Nagel geht auch rein. Hammer. Der Nagel auch, der Nagel auch, der Nagel auch. Ich habe das Werkzeug gefunden, mit dem ich für den Rest meines Lebens arbeite. Und das hört sich total dumm an, aber so machen es dann die meisten. Sie nehmen dann diesen Hammer und sagen, das ist das Werkzeug, mit dem ich den Rest meines Lebens umherlaufen werde, weil ich habe so viel Schmerz erfahren mit diesen verdammten Nägeln, dass ich jetzt dieses Werkzeug immer benutze. Und dann wollen sie einen Brief schreiben und kratzen mit dem Hammer auf dem Papier und da kommt halt nichts bei raus. Sie wollen Computer bedienen und hämmern auf den Computer ein. Also solche bescheuerten Beispiele, weil sie benutzen ein Objekt, ein Werkzeug für alle ihre Probleme. Und das ist dieses Werkzeug, das sie entdeckt haben. Unabhängigkeit. Sie denken, jetzt, wo ich keine Frau mehr brauche, geht es mir besser, Frauen zeigen mir mehr Aufmerksamkeit. So werde ich mit allem umgehen. Und dieses verlockende Angebot, dass es ja besser funktioniert als davor, das war auch für mich für eine Weile recht verlockend. Und ich habe mich dieser Unabhängigkeit hingegeben und habe dann auch total bescheuerte Sachen gemacht. Und eine Frau hatte super Interesse an mir und wollte mich kennenlernen, wollte mit mir sogar nach Hause gehen. Und ich habe ihr gesagt, du, wir, nee, 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 heute Abend wird das nichts. Und ich habe das gesagt, weil ich cool sein wollte, weil ich noch mehr Unabhängigkeit und Egalhaltung zeigen wollte. Aus uns ist nichts geworden übrigens, aus dieser Frau an mir. Und ich habe mir in den Arsch gebissen deswegen, weil warum schiebe ich Menschen, die mich mögen, von mir weg? Eine Frau, an der ich richtig Interesse hatte, habe ich dadurch weg von mir geschoben. Und solche Dinge haben für mich einfach keinen Sinn ergeben. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, okay, wenn ich jetzt Frauen nicht vergöttere, dann bringt mir das auch nichts. Also dann bringt mir das nur ein bisschen mehr Ego-Boost, aber es bringt mir effektiv nichts, weil ich ja ein Mensch bin, der Emotionen eigentlich mag. Ich mag Beziehungen. Nach wie vor finde ich romantische Filme wunderschön. Ich finde Liebe wunderschön. So bekomme ich sie aber nicht. Das scheint auch nicht der Weg zu sein. Und das war, als ich erkannt habe, okay, wenn ich jetzt aufhöre, Frauen zu vergöttern, werde ich auch unglücklich. Irgendwo muss doch der richtige Mittelweg sein. Vielleicht ist da, wie die Römer gesagt haben, in Mediarees. Im Mittel liegt dann der Weg. Kann sein. Also, dann habe ich es probiert, mit ein bisschen mehr vergöttern und dann wieder ein bisschen mehr Unabhängigkeit. Und all das war sehr verwirrend. Was ich aber dann irgendwann glasklar gemerkt habe, ist, dass du beides brauchst, um eine wunderschöne Bindung mit einem anderen Menschen zu erlangen. Brauchst du sowohl die emotionale Unabhängigkeit, das ist der Nährboden, auf dem alles fußt, und damit diese Person auch weiß, dass du sie magst und ihr auch aufeinander Schritte zugehen könnt, weil wenn keiner zeigt, dass er den anderen mag, dann kommt ihr auch kein Schritt aufeinander zu. Und wenn du nur erwartest, dass sie die ganzen Schritte auf dich zugeht und sie das alles mitmacht, aber dann hast du es mit einer sehr unselbstbewussten Person zu tun. So jemanden möchtest du nicht als Partnerin. Wenn sie sich für alles ins Zeug legt und du ziehst dich immer weiter zurück und sie macht alles weiter, alles weiter. Du, das ist ja genau das Verhalten, das du damals an den Tag gelegt hast. Sie hat sich zurückgezogen und du hast alles weiter, alles weiter, alles weiter gemacht. Das fühlt sich nicht gut an. Da sind wir nicht stolz drauf. Das fühlt sich erbärmlich an. Das ist nicht, wer wir wirklich sind. Wir wollen auf Augenhöhe kommunizieren. Wir wollen eine Partnerin auf Augenhöhe. Das heißt, beide müssen Schritte aufeinander zugehen. Das bedeutet, auch du musst Schritte auf sie zugehen. Aber nur, wenn du vorher unabhängig bist. Wenn du dich entschieden hast dazu, dass du nicht von ihrer Reaktion oder von ihr als Person abhängig bist. Dass es noch andere Frauen gibt. Dass du nicht einsam sterben wirst. Dass es immer die Möglichkeit gibt, die Seite umzuschlagen und ein komplett neues Blatt zu beginnen zu schreiben und deine Geschichte neu zu schreiben. Als neuer Mann. Du kannst jede Interaktion als eine neue Begegnung, ein neuer Anfang, eine neue Chance, wieder ganz anders wahrgenommen zu werden von ihr sehen und vor allem dich so zu zeigen, wie du wirklich bist. Wirklich authentisch bedeutet nicht, dass du Frauen nur vergötterst oder dass du nur ihnen die kalte Schulter zeigst. Es bedeutet, dass du realisierst, dass du die Wahl hast, dass du auch niemandem hinterher rennen musst. Aber wenn sie wirklich toll ist, dann darfst du es auch. Und das, das mein Lieber, war dann der Schlüssel, der mir so viele wunderschöne Begegnungen mit Frauen ermöglicht hat, an die ich mich heute noch sehr gerne zurückerinnere. Wo in meinem Buch meines Lebens, wenn ich zurückblätter, da sind einfach tolle Erinnerungen da drin. Und jetzt hier im Oktober, ich heirate ja dieses Jahr nach zehn Jahren und meine Freundin hat mir gesagt, also ich glaube, sie war noch nie auf einer Hochzeit oder hat noch nie von einer Hochzeit gehört, wo so viele Frauen kommen werden, mit denen der Bräutigam was hatte. Weil ich halt auch immer noch mit vielen dieser Frauen einfach befreundet bin. Weil das nicht einfach nur irgendwelche, irgendwelche Frauen waren, die ich mal kurz irgendwie, ja, meinen Spaß mit hatte oder sowas, sondern das waren Menschen, die ich geschätzt habe und immer noch schätze, mit denen ich in Kontakt bleiben wollte, die heute noch befreundet sind. Und viele von ihnen haben jetzt eigene Partner und das ist einfach mega cool und wir leben in dieser Unabhängigkeit. Und auch meine Partnerin ist befreundet mit vielen dieser Frauen und ich bin befreundet mit dem Mann von dieser Frau. Und es fühlt sich so gut an, einen Kreis aufzubauen von Männern und Frauen, wo du weißt, du rennst nicht jeder Frau hinterher, weil du endlich mal eine Frau. Nee, das sind doch einfach nur Menschen. Und sie rennen dir aber auch nicht immer hinterher. Und du weißt, du hast diese Unabhängigkeit. Auf dieser Basis kannst du, kannst du, mein Lieber, wenn dann eine Frau dir wirklich gefällt und ihr begegnet euch auf dieser Basis, wo du sie auch prüfst und testest und nachfragst, wenn sie dir erzählt, dass sie irgendwie, ja, sie scheint ein guter Mensch zu sein, sie setzt sich in ihrer Freizeit für obdachlose Hunde ein oder arbeitet da in irgendeinem Shelter, ist tierlieb zum Beispiel, dann akzeptiere das nicht einfach so, sondern hak nach. Seit wann machst du das? Wie kam das? Und finde wirklich heraus, ob das Hand und Fuß hat oder, was halt auch sehr oft Männer erleben, das Ganze nur eine Farce war. Frauen sind genauso wie wir, was das angeht. Wir sind alle sehr gut darin, eine Maske aufzuziehen, um jemanden zu imponieren. Du kannst so tun, als wärst du krasser als du bist. Viele Männer tun das und lügen irgendwas vom Himmel und sagen, sie wären total beruflich erfolgreich und keine Ahnung, mehrere Mietswohnungen, bla 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 bla, die sie untervermieten und bla 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 und die verdienen viermal so viel und lauter Bullshit. Frauen können das auch. Sie können auch genau die Knöpfe drücken, von denen sie glauben, dass dir das gefällt. Das können Menschen, das können Männer wie Frauen. Sie können dir erzählen, dass sie gerne für dich kochen und sie können dich sexuell verführen und dann geben sie dir ein, ich will es jetzt nicht auf YouTube sagen, aber dann gehen sie runter und machen dir etwas Schönes mit ihrem Mund und du denkst dir, Alter, was ist das für eine tolle Frau? Sie gibt mir alles, was ich wollte und sie ist mega cool und sie ist lieb und fürsorglich und du wirst dadurch geblendet und du hakst nicht richtig nach. Was steckt wirklich hinter diesen Werten? Was steckt wirklich hinter ihrer Freundin? Sie hat erzählt, dass sie eine Freundin hatte früher, jetzt ist sie nicht mehr befreundet mit ihr. Was ist da schief gegangen? Warum seid ihr nicht mehr befreundet? Ach, dann hat die sich so und so verhalten, naja, will nicht mehr über sie reden. Oh, okay, du willst nicht über sie reden. Oh, dann bin ich jetzt respektvoll und frag nicht mehr nach. Nein, frag nach. Das ist dein Job, nachzuhaken, herauszufinden, wo die Wahrheit liegt und die liegt viel tiefer begraben als an der Oberfläche, wenn du irgendwas hörst. Finde heraus, welche Geschichten damit zu tun haben. Finde heraus, welche Werte mit ihren Geschichten zusammenhängen und welche Emotionen mit ihren Geschichten zusammenhängen. In der Seduction Mastery, wenn du bei uns im Coaching bist, die Männer, die hören das jeden Tag von mir, die wissen, wovon ich spreche. Es ist unglaublich wichtig, jederzeit beim Kennenlernenprozess einer Frau immer noch dich zu fragen, ist sie potenziell eine gute Freundin, ist sie potenziell die Frau meines Lebens oder ist sie potenziell eine heiße Affäre für ein Kapitel unseres gemeinsamen Lebens. Alle drei Sachen sind möglich. Die vierte Option ist natürlich, sie kommt für gar nichts in Frage und ich werde sie verabschieden. Ist auch möglich. Aber diese drei Optionen, die habe ich immer im Blick. Werden wir gute Freunde, wird es eine heiße Affäre oder bist du die Frau meines Lebens? Und das bedeutet, ich teste und prüfe immer weiter und gehe in die Tiefe und lasse mich da nicht einfach nur abspeisen mit irgendwelchen hohlen Phrasen. Und das gibt dir dann eben nicht nur den Vorteil, dass du auch an die richtigen Personen gerätst, mit denen du dann auch dein Leben verbringen möchtest, aber es gibt dir auch verdammt viel Unabhängigkeit, weil sie merkt, oh, der Typ, der kauft nicht die Katze im Sack. Der lässt sich nicht einfach nur so blenden von irgendwas. Ich habe ihn noch nicht ganz von mir überzeugt. Und das denkt sie auf einmal, mein Lieber. Sie denkt auf einmal, oh, ich habe ihn noch nicht ganz von mir überzeugt. Und das ist attraktiv. Das bringt sie dazu, sich mehr Mühe zu geben für dich. Und du, mein Lieber, hast, während du diesen Kennenlernprozess so machst, wie er auch wirklich gedacht ist, nämlich auf Augenhöhe, ich lerne dich kennen, teste und prüfe, du lernst mich kennen und kannst mich testen und prüfen, währenddessen hast du diese Unabhängigkeit, diese Unabhängigkeit als Basis, mit der du, wenn dir etwas an dir gefällt, auch aus ganzem Herzen sagen kannst, das ist echt, das ist das Schönste, was ich in letzter Zeit gehört habe. Krass. Das finde ich so geil, dass du das sagst. Und du arbeitest da für diese Hunde da schon wie lange freiwillig? Krass. Also du, ich bin mega tierlieb. Ich arbeite auch Katzenshelter und ich liebe das total. Erzähl mir mal von dem Mal, was dich da inspiriert hat, damit anzufangen. Wie war das? Du kannst ihr auch den Hof machen. Du kannst ihr auch sagen, von allen Frauen hier bist du die Wunderschönste. Mit Abstand. Wirklich. Ich weiß, das hört sich an wie nur so ein Spruch und den sagen dir bestimmt auch viele, aber nee, brauche ich nicht. Ich brauche nicht deine Anerkennung. Ich sage es dir, weil es die Wahrheit ist. Du hast ja schon gemerkt. Ich sage auch Sachen, wenn sie mir nicht gefallen. Jetzt gerade eben in diesem Moment gefällst du mir sehr. Das spürt sie. Sie spürt, dass das wahr ist, was du sagst. Dass das auch von Herzen kommt. Und dann, mein Lieber, dann bist du das ganze Paket. Dann bist du ein Mann, der nicht jeder Frau hinterher rennt, aber wenn er will, dann macht er ihr auch den Hof. Dann ist sie auch für ihn in diesem Moment die wichtigste Person auf der Welt. und dann kannst du auch alles für die Beziehung tun. Alles bedeutet aber nicht, dass du dich selber vernachlässigst, dass du dich selber dann unter Wert verkaufst. Das ist nicht, ich tue alles für sie. Wenn ich sage, ich tue alles für meine Freundin, dann heißt das nicht, ich werde mich selber unter Wert verkaufen und meine Träume in die Mülltonne schmeißen. Wenn sie sagt, nee, das gefällt mir nicht, mach das lieber nicht, dann werde ich nicht sagen, oh, okay, 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 ich will dich nicht verletzen, ich will dich nicht verlieren, dann höre ich jetzt auf, ich werde nicht mehr meine Freunde treffen. Du magst meine Freunde nicht? Okay, okay, dann werde ich auch ihn nicht mehr kontaktieren. Oh, du willst, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen? Okay, okay, dann werden wir mehr Zeit miteinander verbringen und ich brauche meine Freunde gar nicht mehr. Oh, dir gefällt es nicht, dass ich Sport mache, aber du willst mehr Zeit mit mir verbringen? Ja, okay, dann mache ich weniger Sport. Nein, wenn wir Prioritäten haben, dann machen wir die und genau das, mein Lieber, behält auch die Frau bei dir langfristig, weil ihr beide Unabhängigkeit mit Wertschätzung verbindet. Ihr macht euer eigenes Ding und es ist wichtig, dass ihr euer eigenes Ding macht, dass ihr weiterhin Freunde habt, der ihr Zeit verbringt, dass ihr weiterhin eine Sache macht, für die ihr brennt, die unabhängig von euch beiden geschieht, also unabhängig von der anderen meine ich. Dass du etwas machst, was für dich, das ist dein Ding und da lässt du dir auch nicht reinreden und wenn es ihr nicht gefällt, dann muss es dir auch nicht gefallen, es gefällt dir, das ist wichtig und weil du in dieser Unabhängigkeit vollkommen selbstbewusst existierst, kannst du auch in den Momenten, wo du diese Sache nicht machst, voll und ganz bei ihr sein und dich neben sie setzen auf die Couch und du kommst heim und du schaust sie einfach nur an und lächelst und liebst sie. Einfach von dem Anblick bist du fasziniert und verliebst dich in dem Moment einfach Stück für Stück mehr in sie und sie sagt, was ist denn, was machst du denn? Du sagst, ich bin einfach mega nicht verliebt und es ist wahr. Das ist die Magie, mein Lieber. Die Magie ist beides. Verehrung und Unabhängigkeit. Das in Kombination bringt die besten Beziehungen. Das ist, was ich gelernt habe, als ich aufgehört habe, Frauen zu vergöttern. Ich habe gelernt, dass es verdammt schade ist, wenn ich Frauen nicht vergöttere, weil ich dann einen Teil meiner selbst verleugne. Ich will Frauen vergöttern. Ich will sie aufs Podest stellen. Es macht mir unglaublich viel Freude zu sehen, wenn eine Frau aufblüht, weil sie durch mich Ressourcen aktiviert, die sie davor noch nicht aktivieren konnte. Wenn ich sie dadurch selbstbewusster mache, wenn ich sie zum Strahlen bringe, weil sie denken, was, so wunderschön, findest du mich? Finde ich aber nicht. Aber krass, dass du das so siehst. Und sie fängt an zu strahlen und lächelt. Das ist das geilste Gefühl auf der Welt für mich. Aber ich kann das nur machen, weil sie weiß, dass ich auf meinen eigenen zwei Beinen stehe und dass ich sie nicht dafür brauche um meine eigene Bestätigung zu erlangen. Das ist vollkommen egal und unabhängig davon. Und wenn sie dann irgendwas Bescheuertes... Dadurch ist das ja auch mehr wert. Richtig, exakt, klar. Das meinte ich auch wohl mit dem Punkt, die Verehrung, die, wie habe ich es gerade gesagt, die Verehrung ohne Fundament. Du musst halt erst die Unabhängigkeit in dir selber spüren, damit die Verehrung halt auch wirklich Wert hat. Und genau, du wolltest gerade das Beispiel mit Inflation, mit der Inflation nennen. Das ist genau das Ding. Ja, was wir mehr produzieren, also wenn wir zu viel davon produzieren, ist es halt weniger wert. Und das ist dieses Beispiel. Du chattest mit einer Frau, du redest mit einer Frau. Sie zeigt nicht so viel Interesse. Du machst ihr nochmal ein Kompliment, weil du denkst, oh, ich will sie zurückgewinnen. Ich muss irgendwie die Dynamik wieder auf meine Seite kriegen. Ich werde ihr jetzt ein Kompliment machen, weil das funktioniert. Damit bekomme ich einen Sog und sie wird wieder, oh, das ist aber ein schönes Kompliment. Wow, danke. Das erhoffen wir uns, denken wir. Aber es funktioniert nicht. Oh Mist. Okay, dann muss ich es nochmal machen. Du machst nochmal ein Kompliment und sie reagiert wieder. Komplett egal. Mann ey, was mache ich jetzt? Okay, dann sage ich dir du, aber du bedeutest mir wirklich was. Es wäre wirklich schön, wenn wir mal uns sehen können. Und nee, da kriegst du auch keine richtige Antwort. Und dann willst du eine Aussprache haben und dann schickst du eine ganz lange Nachricht. Ich weiß nicht, woran ich bei dir bin. Ich brauche Klarheit. Blablabla, blablabla, blablabla. Genau. Das ist Frauen hinterherrennen, ohne Unabhängigkeit. Das ist Frauen vergöttern, aufgrund dessen, dass du selber einen Mangel deines eigenen Selbstbewusstseins hast. Du vergötterst sie, weil du dir erhoffst, dass sie dich dann zurückvergöttert, weil du dich nicht selber vergöttern kannst. Weil du für dich selber ein kleines Würstchen bist. Du denkst dir, wer will mich schon? Ich bin nicht so toll. Aber sie, sie ist jetzt meine Chance. Sie ist meine Hoffnung. Darum darf ich es nicht verkacken bei ihr. Und dann gibst du dir richtig viel Mühe, richtig viel Mühe, weil hoffentlich kann sie dich lieben für das Same-Würstchen, dass wir denken, dass wir sind. Und das ist, meine Güte, das ist, selbst wenn sie dich dann mag, dann ist das Trauma-Bonding. Dann seid ihr zwei in einer extrem ungesunden Beziehung miteinander, die auch in die Brüche gehen wird. Und dann seid ihr noch deprimierter. Das ist nicht der Way to go. Das ist nicht, was du willst. Du willst dich selber erhöhen? Mhm. In dem Moment, in dem sie mal nicht irgendwie dir diese Zuneigung zeigt. In dem Moment, in dem sie vielleicht mal gestresst nach Hause kommt oder mal irgendwie nur einsilbig auf deine Textnachricht antwortet. In dem Moment denkst du dir dann, oh Gott, ich habe sie verloren. Oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Weil du halt ihre Bestätigung brauchst. Und solange du das halt nicht in dir gelöst hast, wirst du halt genau immer wieder diese Situation, immer wieder diese Frauen anziehen in deinem Leben, immer wieder genau diese Situation haben. Du wirst immer denken, dass irgendetwas mit dir falsch ist, dass du fehlerhaft bist, dass du Fehler machst. Das wird nicht nur bei Frauen der Fall sein, das wird auch im Beruf der Fall sein. Du wirst in irgendeinem Fall, in irgendeinem Bereich irgendwie kompetent sein, hier und da. Aber sobald hier irgendwie vielleicht eine Nachricht kommt von, Michael, komm mal gerade zum Chef, wir müssen reden. Rutsch dir das Herz in die Hose, weil du glaubst, dass dir irgendjemand etwas wegnehmen kann, weil du falsch bist, weil du einen Fehler gemacht hast. Und solange du das nicht in dir löst, wirst du diese Situation haben. Du wirst halt dann nicht aus Liebe heraus handeln, aus Liebe zur Sache und aus deiner Passion heraus und einfach aus der Passion heraus, weil du die Frau kennenlernen möchtest, wirst du nicht handeln und ihr interessierte Fragen stellen. Du wirst es, wenn du ihr interessierte Fragen stellst, wirst du es auch aus Berechnungen machen. Oder du wirst es gar nicht erst machen, weil du glaubst, das ist falsch. Und du wirst es halt aus irgendeiner Form, entweder aus Liebe oder aus Angst machen. Und sobald du es aus Angst machst, verstärkt sich genau das und du wirst das bekommen, wovor du Angst hattest, was du eigentlich vermeiden wolltest. Gibt es Millionen Beispiele allein in deinem Leben. Wenn du dich darauf jedoch konzentrierst, aus Liebe heraus und dazu musst du erst mit dir selber okay sein, dich selber lieben, das Selbstbewusstsein. Das ist es. Wenn du das hast, dann wird auch das mehr. Dann kannst du, du kannst die bescheuertsten Fragen auf einem Date stellen, wenn du sie aus Liebe und damit aus Interesse und aus Passion stellst. Du kannst, also, ich stelle auch immer die gleichen Fragen auf meinen Dates. Immer. Immer die gleichen Fragen, weil mich das interessiert. Weil mich genau diese Themen interessieren. Und ich spreche über die Sachen, die mich interessieren, auch wenn ich weiß, dass sie das nicht interessiert. Aber ich weiß, dass Menschen so funktionieren, dass Menschen jemandem gerne zuhören, der seine Passion lebt, der seine Passion ausspricht, der seine Passion, ja, einfach begeistert lebt. Und da kannst du einfach auch Briefmarken sammeln. Ist völlig egal. Du erlangst ja dadurch nicht nur mehr Unabhängigkeit, weil du eben ihre Bestätigung nicht brauchst, weil du über das redest, was dich interessiert. Aber du erzeugst ja dadurch tatsächlich auch Anziehung aus den Effekten, die du gerade beschrieben hast. Weil sie findet das, wow, der ist total, der scheißt voll drauf, das, was ich jetzt irgendwie über sein Hobby denke. Der findet es einfach geil. Irgendwie interessant. Cool. Und er ist saubegeistert. Eine echte Emotion. Er ist begeistert von dieser Sache. Spannend, interessant, das macht dich anziehend. Aber gleichzeitig, also es hat nur Vorteile, gleichzeitig filterst du halt auch diejenigen, die vielleicht zufälligerweise dasselbe Hobby haben oder sich für dieselben Sachen interessieren. Für dieselbe Musik, für denselben Song, für dieselben Filme, für dieselben Bücher und so weiter. Das ist das Beste, was wir tun können. Aber wir tun es nicht, weil wir Angst haben, sie vor den Kopf zu stößen, weil wir Angst haben, sie zu verlieren, weil wir Angst haben, alleine zu sein. Und deswegen verhalten wir uns nicht authentisch. Wir wollen das Richtige sagen, wovon wir uns erhoffen, dass wir sie nicht verlieren. Und dadurch ziehen wir die falschen Frauen an, auch die falschen Freunde an. Wir bleiben ewig in irgendwelchen Jobs, die uns nicht gefallen. Und währenddessen begeben wir uns auf eine Abwärtsspirale, weil wir glauben, das ist der einzige Weg, wie man zu leben hat. Und wir werden immer unselbstbewusster und unselbstbewusster. Weil jedes Wort, das wir dann von uns geben, ganz drastisch gesagt, nicht jedes, aber viele Worte, die wir dann von uns geben, um die Frau zu überzeugen, daran glauben wir nicht wirklich selber. Wir machen es, weil wir denken, es wird funktionieren. Wir hoffen, es wird funktionieren. Und weil wir dann unserem eigenen Wort nicht mehr vertrauen können, weil wir eben nicht die Wahrheit gesagt haben, weil wir etwas versteckt haben. Wir wollten eigentlich über was anderes reden oder wir haben eigentlich ein ganz anderes Interesse in dem Moment gehabt, aber wir haben das verschwiegen. Wir haben eine Meinung verschwiegen. Dann können wir unserem eigenen Wort nicht vertrauen. Wir haben dementsprechend noch weniger selbst vertrauen und wir sind einfach in einer Abwärtsspirale. Es ist absolut, es macht gar keinen Sinn. Aber das machen die meisten Menschen. Es macht gar keinen Sinn. Und dann finden sie halt irgendeine Partnerin, die sie süß fand für eine kurze Weile. Da hattest du mal, zufälligerweise, warst du mal in deinem Element. Das fand sie toll. Und dann seid ihr zusammengekommen und dann hat sie festgestellt, boah, er ist doch nicht derjenige, für den ich ihn gehalten habe, weil als ich ihn kennengelernt habe, damals auf der Party, als er 21 war, da war der irgendwie, der hat ja gerade mit seinen Freunden irgend so eine Radtour gemacht und die waren alle gut drauf und die waren stolz und er hat erzählt von seiner Schreinerausbildung und das war schon sehr attraktiv und der war in seinem Element und dann kam er auf mich zu, ganz selbstbewusst und hat mich angelächelt und ich habe ihn angelächelt und boah, so habe ich mich damals in meinen Ex-Mann verguckt, aber dann nach ein paar Jahren habe ich gemerkt, er ist gar nicht so selbstbewusst, er hat dieses Hobby fallen lassen, er versucht, er versucht jetzt gerade nur irgendwie seine Zeit nur im Job zu verbringen und ist weniger hier zu Hause, wir, wir, ja, wie sagten wir, wir bewegen uns immer weiter voneinander fort, voneinander fern und dann ist sie enttäuscht, ja, ihr lebt nebeneinander her, ihr seid enttäuscht voneinander dann, weil ihr euch beide nicht wirklich auf Augenhöhe kennengelernt habt, so machen es die meisten, das sind die meisten Beziehungen, mega traurig und dann gehen sie 20 Jahre in die Brüche und ihr habt gemeinsame Kinder und so viele Männer, die sich bei uns melden in der Flirt- und Charisma-Analyse, stecken genau in diesen Schuhen, genau dort, ich brauche wieder einen Neuanfang, ich habe das jetzt lange Zeit nicht gemacht. diese Männer, diese Männer dann auch sehr anfällig dafür, wenn irgendwie mal auf der Arbeit eine neue Kollegin ihnen irgendwie schöne Augen macht oder so und dann verrennen sie sich da in irgendetwas und also die Geschichte haben wir jetzt auch in den letzten, lass es zwei Jahren sein, einfach häufiger gehört, einfach, dass sie sich dann halt, also diese Männer sich dann, also die sind gerade noch in Trennung oder sind gerade frisch getrennt, frisch geschieden und dann gibt es halt diese eine Kollegin und dann lesen sie die Zeichen anscheinend falsch oder wie auch immer, dass die Brille auf diese, die Sicht auf diese Dinge ist und dann gibt es halt ein Gespräch mit dem, wie sagt man, mit dem HR-Department, ich weiß gar nicht, wie die deutsche Entsprechung dafür ist und dann gibt es halt eine Verwarnung, so weil die Frau sich halt einfach nur nett mit ihnen unterhalten hat oder, oder, oder und sowas kann halt nur passieren, also weil wir hatten ja jetzt auch am letzten Wochenende, hatten wir wieder unser Live-Coaching, wo du, das machen wir einmal im Monat, da nehmen wir uns Zeit für dich, für deine Fragen, da kommst du einfach rein, das ist ein Zoom-Call, ist für alle kostenlos zugänglich und da kannst du uns deine Fragen stellen und wir beschäftigen uns genau mit dir und in den drei Fragen, die wir jetzt an diesem Sonntag behandelt haben, ging es bei jedem um die Arbeitskollegin. Ja. Und das ist so, das ist so bezeichnend dafür, weil, weil Männer draußen halt einfach nicht die Situation sehen, nicht in die Situation gehen und Frauen kennenlernen. Wenn sie einfach mal kennenlernen würden, sehen würden, wie viele Frauen da draußen jetzt schon an dir Interesse haben, wenn du das einfach mal sehen würdest, dann würdest du dich nicht auf die Nettigkeit der Arbeitskollegin versteifen und hoffen, dass sie dein Leid beendet. Ja. Ego, wir müssen auch Ego ein bisschen hierbei erwähnen, weil das Selbstbild des des hoffnungslosen Romantikers, das Selbstbild des, naja, immerhin bin ich ehrlich und ich bin lieb und hilfsbereit und immer da, auf mich ist Verlass und ich trage mein Herz auf der Brust und dieses Selbstbild, das führt dazu, dass du ganz viel ungesunde Sachen für dich machst und für deine Mitmenschen. Das ist häufig Selbstaufopferung. Wir haben es gerade von den Männern, die sich bei uns melden und die in der Scheidung sind und die noch ein Kind haben oder zwei Kinder haben und jetzt wieder neu beginnen wollen. Sie haben wieder Lust, dass es auch ihnen mal gut gehen darf, dass sie auch mal wieder Frauen kennenlernen, Erfahrungen machen und dann eben doch vielleicht die Richtige finden und sie melden sich bei uns und dann finden wir peu a peu heraus in der Flirt.charisma-Analyse erst recht dann natürlich, wenn sie im Coaching sind. Das Coaching ist ultra intensiv, deswegen kommen auch nicht so viele Leute bei uns monatlich rein. Das ist eine sehr, sehr private Gruppe, in der wir eng, eng, eng im Austausch sind, also täglicher Austausch zwischen den Teilnehmern und uns und dann finden wir Stück für Stück immer mehr Details raus, die mir einfach zeigen, ja, du bist ein guter Mensch, du willst für andere da sein, aber wenn Männer zum Beispiel immer noch, du hast letzte Woche von Sascha erzählt, wenn du immer noch, wenn du eine Wohnung gemeinsam gekauft hast mit deiner Ex-Frau, gemeinsam gekauft, aber das bedeutet, du hast das ganze Geld reingesteckt und sie wohnt da drin und sie will nach wie vor auch alle Vorteile haben und du bist weggezogen und du hast dir irgendwas Kleines gesucht und jetzt will sie aber die Tochter für sich behalten und will dir keine Elternzeit mit der Kleinen schenken und du hast da Stress und oh Mann und dann beeinflusst sie vielleicht noch die Tochter und du kannst dann nicht mit der Tochter dich treffen, weil die Tochter sagt, na nee, ich will keinen Stress und Papa, tut mir leid oder wir hatten es auch, ich will den Namen nicht nennen, ich will den Namen nicht nennen, aber einer hat seine Ex-Frau noch bei ihnen wohnen, sie wohnt noch da und er hat halt ein Deal mit ihr, das sie halt ab und zu putzt und dafür spart sie sich die Miete, aber sie putzt halt nicht, also sie macht es halt kaum und ja gut, aber ich will sie auch nicht rausschmeißen, so ja, und lauter so Sachen, wo du dich für andere und er will ja auch keine Frauen zu sich einladen nach Hause, weil das könnte ja auch ihr gegenüber respektlos sein und lauter so Bullshit, also wenn du dich für andere so verbiegst, dass du nicht mehr glücklich bist, du denkst, du tust was Gutes, du denkst, du hast ein Herz aus Gold, aber was du wirklich tust, mein Lieber, ist, du schadest, in diesen Fällen schadest du deinem Kind und dir, du schadest allen, weil dir selber schadest du, weil du nicht glücklich wirst, weil du offensichtlich immer weiter gebeutelt wirst, du schadest deinem Kind, weil du deinem Kind was vorlebst, wie ein Mann ohne Rückgrat aussieht, du zeigst deinem Kind, es ist okay, keine Eier zu haben, es ist okay, keinen Rückgrat zu haben, es ist okay, sich von einem anderen Menschen so runterbuttern zu lassen und es zu akzeptieren, dieses Beispiel lebst du deinem Kind dann vor, dein Kind wird dann solche Beziehungen haben, wo es dann sich runterbuttern lässt von seinem zukünftigen Partner, willst du das? Wenn du das nicht willst, dann ist es deine Pflicht, deinem Kind was vorzuleben, wie was ein Vorbild tun würde in der Situation, aus Unabhängigkeit und Liebe heraus Grenzen zu setzen, die glasklar im Sinne von euch allen sind, allen, von dir, von ihr, von allen Beteiligten, Win-Win, das ist das Einzige, was nachhaltig funktioniert, wenn du lose-win denkst, also dass du verlierst und der andere gewinnt, dann verliert auch der andere langfristig, weil du wirst nicht glücklich und dann kannst du diese Last oder was auch immer du dir aufgebürdet hast nicht ewig durchziehen, du hast irgendwann Burnout, du kannst es nicht mehr und dann hat die andere Person auch verloren, das heißt, lose-win ist irgendwann lose-lose oder win-lose, dir geht es gut, aber der andere wird dafür abgezockt, funktioniert auch nicht, weil wenn du das langfristig machst, dann werden Leute irgendwann nicht meiden, weil sie merken, boah, ist bloß die Finger von dem Typen, dem kannst du nicht trauen, was für ein hinterhältiger Typ. So, dann hast du keine Freunde, dann kannst du dich auf niemanden mehr verlassen und damit stehst du alleine da, also win-lose funktioniert auch nicht langfristig. Das Einzige, was langfristig funktioniert, mein Lieber, wenn du wirklich deine Mitmenschen liebst und du für sie da sein willst, ist win-win. Dein Vorteil und ihr Vorteil, gleichermaßen. Es ist nicht nur fair, es ist das Gütige, das getan werden muss. Es ist das, was langfristig, damit kannst du langfristig ein guter Mensch sein und nicht nur kurzfristig dich auf dieser Ego-Gratifikation ausruhen, und ich bin ja so ein toller Mensch, ich opfer mich ja auf. Da kannst du dir schon toll auf die Schulter klopfen, während du deinen Burnout hast und dann niemandem mehr helfen kannst. Da bekommst du keinen Preis am Ende deines Lebens. Also das ist so, wir sprechen schon sehr oft darüber, dass wir aufhören sollten, uns aufzuopfern als Menschheit. Wenn du was Gutes tun willst, dann sei ein Vorbild. Genau. Genau. Absolut. Also das Aufopfern, das sich Auslaugen für etwas. Warum sollte das in irgendeinem, wo siehst du das im Tierreich? Siehst du irgendwie die Katze, die durch die Stadt tigert, also das siehst du natürlich, aber die dann sagt so, okay, ich muss hier noch 17 Mäuse fangen, puh, ganz schön harter Tag heute, da muss ich noch irgendwie das machen und das machen, damit es meinen Kindern gut geht oder damit ich mir irgendwie Kinder leisten kann. Siehst du das? Nein. Das siehst du nirgendwo im Tierreich, das sich aufopfern. Das ist menschengemacht. Das ist absolut, wir haben den Glaubenssatz, okay, wenn wir uns aufopfern und da ziehe ich gerade mal den Kreis zum Beginn, wenn wir uns aufopfern, werden wir von der Göttlichkeit belohnt. Aber, und das habe ich jetzt schon öfter gesagt, auch in den letzten Podcasts, wenn du dich aufopferst, bist du kein Held, wenn du dich aufopferst, bist du ein Opfer. Simple as that. So einfacher können wir es nicht ausdrücken. Du bekommst keinen Preis am Ende deines Lebens, wo dann steht, ach, der Michael, der hat sich richtig gut aufgeopfert, der hat richtig, richtig viel zurückgesteckt und dafür hat er aber auch irgendwie, dafür ist er halt auch nicht gewachsen. Also sehr gut für ihn. Herzlichen Glückwunsch, weil er sich halt aus den schwierigen Gesprächen ferngehalten hat, einfach unter dem Deckmantel von, ja, ich möchte ja, dass es harmonisch ist. Aber dadurch wird es halt nicht harmonisch. So, wenn du Harmonie möchtest und es ist gerade irgendwie eine Disharmonie, dann muss diese Disharmonie erst gelöst werden. Es geht nicht, dass du die Disharmonie runterschluckst, in deinen Körper packst und da Disharmonie entsteht, nur damit im Außen einfach nur die Illusion von Harmonie entsteht. Und es gibt kein, so wie heißt es so schön, there is no such thing as free dinner oder free lunch. Also es gibt nichts, was halt, es gibt kein gratis Essen oder sowas. Wenn du so, irgendwie, wenn wir das gerade mal übersetzen, da gibt es bestimmt einen deutschen Spruch dafür. Aber so, die Rechnung muss bezahlt werden. Also das ist ja auch die Geschichte vom Rattenfänger von Hameln, um das nochmal kurz einzuwerfen. Der Rattenfänger von Hameln ist da hingekommen, der Statt Hameln hat eine Rattenplage und dann kam dieser Typ mit der Pfeife da an und dann haben die gesehen, ach guck mal, die Ratten sammeln sich um den Typen, der gerade hier diese Flöte spielt. Und dann hat der Bürgermeister gesagt, ey, hier ist ein bisschen, du kriegst Geld, führ mal die Ratten aus der Stadt, da ist so eine Schlucht und schmeiß die mal alle da runter und dann bezahlen wir dich. Und der Rattenfänger, ja okay, kein Problem, kann ich gerne machen. Und dann ist er mit den Ratten aus der Stadt, hat die über die Schlucht gejagt, Ratten alle tot und dann kam er zurück und die Stadt hat gesagt so, nee, wir geben dir kein Geld. Und was hat der Rattenfänger dann gemacht? Hat die Flöte gespielt, hat ein anderes Lied gespielt und hat dann gemerkt, ach guck mal, die Kinder versammeln sich um mich, wenn ihr mich nicht bezahlen wollt, dann gehe ich jetzt mit den Kindern zur Schlucht. Und das ist die, die Rechnung muss bezahlt werden. Und wenn die Rechnung halt, wenn du glaubst, okay, du musst die Rechnung der Disharmonie, des Disharmonieüberwindens nicht zahlen, indem du die Disharmonie runterschluckst und so tust du, als ob im Außenharmonie entsteht, du wirst die Rechnung der Disharmonie bezahlen. Du wirst sie bezahlen dadurch, dass du einsam bleibst, dass Menschen sich von dir irgendwie abgestoßen fühlen, weil irgendetwas mit dir komisch ist. Du wirst einfach selber eine Verzweiflung spüren, die du auf Menschen ausstrahlst, damit auch auf Frauen ausstrahlst. Und sie wollen mit dir einfach langfristig nichts zu tun haben. Du wirst immer wieder in die gleichen destruktiven Beziehungen eingehen. Und du wirst am Ende des Tages wirst du von nicht den Menschen umgeben sein, von denen du umgeben sein möchtest. Du wirst nicht das Traumleben haben, was dir zusteht, was absolut dein Geburtsrecht ist und was du einfordern darfst. Du wirst nicht dieses Leben haben, anstattdessen wartest du darauf, dass irgendwie jetzt gleich jemand zur Krankenhaustür reinkommt und sagt, Michael, hier ist übrigens, Entschuldigung, dass ich zu spät bin, hier ist deine Teilnehmerurkunde fürs Leben mit dem Verweise darauf, danke, dass du dich so sehr aufgeopfert hast. Du wirst hoffen, du hoffst, dass da irgendwie jemand kommt, aber es wird niemand kommen. Du bist eher ein Vorbild für die Menschen, wenn du dein Leben lebst, wenn du deine Passion lebst. Ja, schau mal, auch wenn du religiös bist und gerade im Christentum haben wir diese Vorstellung, dass Jesus hat sich selber aufgeopfert. Also es ist sehr christlich fromm, sich aufzuopfern. So, die Belohnung kommt dann im Himmelreich. Das ist so der christliche Gedanke. Aber der ist nicht zu Ende gedacht, weil wenn du hier heutzutage, hier in deinem echten Leben, wirklich maximal viel Gutes tun willst, dann willst du ja lange da sein, um viel zu bewirken. Wenn du ein effektiver, wenn du ein effektives, wenn du effektiv darin bist, anderen zu helfen und ein guter Mensch zu sein und du kannst das gut, dann solltest du doch maximal lange hier auf dem Planeten bleiben, um anderen zu helfen. Das heißt, wenn du dich selber kaputt arbeitest, dann kannst du anderen nicht mehr helfen. Und wenn du das tust, weil du eigentlich dieses Selbstbild von dir feierst, dass du dich selber aufopferst, du sagst dir, ja, aber ich opfer mich auf für andere. Ist das nicht fromm? Ist das nicht nobel? Ist das nicht edel eigentlich? Eigentlich bin ich schon ein guter Kerl und ich werde es aber nicht zugeben, weil das wäre ja eitel. So insgeheim sage ich mir, dass ich aber eigentlich ein edler Typ bin, dafür, dass ich mich so aufopfer. Dann ist das falsch. Dann ist das gelogen und du tust es nicht wirklich, wirklich für andere, sondern vielleicht zum Teil für andere, aber zum großen Teil auch für die eigene Selbstbestätigung, weil du dann Identität gefunden hast. Und dann geht es eigentlich um dich. Und wenn du wirklich selbstlos sein willst, wirklich selbstlos, dann geht das nur win-win, weil dann willst du langfristig was Gutes tun. Und wenn du gläubig bist und du wirst nach deinem Tod dafür belohnt, bitteschön, als eine schließt das andere ja nicht aus. Vielleicht wirst du zum Schluss noch belohnt dafür, dass du wirklich tolle Dinge getan hast hier auf der Erde. Kann so gut sein. Aber wenn du wirklich gute Dinge auf der Erde tun willst, dann musst du dabei auch an deine langfristigen Kapazitäten denken. Dann musst du darauf achten, dass du auch glücklich bist, dass du gesund bist, ausgewogen, damit du für andere ein guter Beitrag sein kannst. Ansonsten bist du nur ein zerstörter Typ, ein Opfer, wie du gesagt hast. Damit kannst du niemandem helfen. Warum nicht Himmel auf Erden haben und Himmel im Himmel? Warum nicht beides? Und kurz noch zu, weil du gerade Jesus angesprochen hast. Jesus ist ja auch für unsere Sünden gestorben. Das heißt, wir brauchen uns nicht mehr darum kümmern, ob wir irgendwelche Sünden begehen. Das heißt, wir brauchen uns nicht mehr aufopfern. Wir brauchen nicht mehr in Scham, in Schuld, in Depressionen zu verfallen, weil das ist das, wofür er gestorben ist. Wir können einfach leben. In Frieden. In Liebe. Den Himmel auf Erden. Und aktiv dazu beitragen, dass andere auch mehr happy sind und in Liebe leben können. Und genau deswegen vergötter ich saugerne Frauen. Weil ich einen Unterschied machen möchte von den ganzen Typen, die sich das nicht trauen und den Frauen auch, die sich das nicht trauen, weil wir alle es gewohnt sind, im Status Quo bloß nicht zu viel Nähe zuzulassen. Und wenn es dann aber jemand macht, mutig, einfach mal unabhängig, dann ist das faszinierend für andere. Es ist attraktiv, faszinierend und es funktioniert auch. Dazu, mein Lieber, wie Dominik aber gesagt hat, dazu müssen wir an deiner Selbstliebe arbeiten. Dazu müssen wir an deiner emotionalen Unabhängigkeit arbeiten. Dazu müssen wir an deinen Gewohnheiten arbeiten. Weil deine Gewohnheiten machen dich zu dem Mann, der du bist. Das, was du täglich tust, das definiert dich. Nicht, was du dir vorstellst im stillen Kämmerlein, oh, und dann könnte ich sie ansprechen und ja, bei mir läuft es ja ganz gut mit Frauen. Ich habe ja gar nicht so Probleme mit Frauen. Ich lerne ja immer wieder welche kennen. Okay, war die richtige dabei? Nein. Hast du tiefe Verbindungen? Nein. Okay, dann läuft irgendwas nicht richtig. Genug mit den Selbstsabotagen, den Selbstmanipulationen, dir selbst irgendwie was einzureden, was einfach nicht faktisch da ist. Wenn du Probleme hast mit Frauen, dann lässt sich das ändern. Liebe lässt sich auch für dich finden, aber daran müssen wir arbeiten. Das ist nicht einfach nur Wunschdenken. Das sind Neugewohnheiten, die mehr Selbstbewusstsein kreieren und aus diesem Selbstbewusstsein heraus hast du dann all die Möglichkeiten, die du dir so gerne wünschst. Du kannst nicht alle Frauen verführen, das ist auch nicht das Ziel, aber entlang dieser Reise wirst du so viele wunderschöne Erfahrungen machen, die dich immer mehr in der Unabhängigkeit und deiner eigenen Selbstliebe bestärken, dass die Richtige dir begegnen wird. Und das ist so sicher wie das Arm in der Kirche, um hier den Punkt zu setzen auf religiöser Hinsicht. Meld dich bei uns, mein Lieber. Wenn du da immer noch Schwierigkeiten siehst, dann kommen die kostenlose Flirt- und Charisma-Analyse. Es funktioniert. Ich kann dir nicht mehr geben, als das. Es funktioniert. Du kannst da noch so viele Berichte im Internet lesen, du kannst noch so viele Videos anschauen. Wenn du an eigener Haut immer noch an derselben Stelle bist und du sagst, es bewegt dich einfach zu langsam vorwärts und ich brauche jetzt mal Hilfe, ja, dann hab auch diese Selbsteinsicht und dann melde dich bei einem Experten. Das muss ja auch nicht bei uns sein. Wenn du andere hast, die da mehr zu sagen, bitte, bitte, bitte geh zu denen. Oder komm einfach mal in die kostenlose Flirt- und Charisma-Analyse. Schau an, welcher Leitfaden für dich funktionieren wird, wenn wir den mit dir erarbeiten. Und dann, mein Lieber, dann hast du auch eine richtige Chance, dass das in den nächsten drei Monaten, sechs Monaten, zwölf Monaten passieren wird, dass du die Richtige an deiner Seite hast. Das ist so oft schon passiert. So viele Männer bei uns haben die Partnerin fürs Leben wortwörtlich bei uns oder sogar noch am Anfang der Coaching-Zeit bekommen, gefunden, sind mit ihr zusammengekommen. Es ist echt crazy. Nicht jeder, ganz fair, ganz ehrlich, nicht jeder hat dann in den ersten drei Wochen die Frau gefunden. Nein, auf keinen Fall. Aber viele haben sie innerhalb der Coaching-Zeit kennengelernt und dann wurde die Beziehung immer ernster und ernster und dann nach ein paar Jahren melden sie sich wieder und ich melde mich bei ihnen und wir bleiben im Austausch und die sagen, ja, wir haben uns verlobt. So, solche Sachen passieren. Und häufiger als du denkst, waren diese Männer am Anfang Hals über Kopf, verknallt in eine Arbeitskollegin und wollten ihr den Hof machen, weil sie gesagt haben, doch, die ist so toll und da stimmt einfach alles und zum Schluss haben sie herausgefunden, nee, eigentlich hat da nichts gestimmt. Das hat nicht gepasst. Weißt du, warum sie das erkannt haben? Weil ihr eigener Selbstwert gestiegen ist. Weil sie gemerkt haben, ich habe was Besseres verdient. Ich habe es nicht verdient, mich, ja, für eine Frau, mir das Rückgrat zu brechen und sie hat gar nicht mehr Interesse an mir. Außerdem passt es auch nicht von ihren Werten und sie war auch nicht so loyal und ach so, ja, konnte sich nicht richtig entscheiden und es hat einfach nicht gepasst. Das ist ein Zeichen von gestiegenem Selbstwert. Aus der Position heraus kannst du dann auch die richtige finden. Und da will ich dich hinbringen. Da bringen wir dich auch hin. Meld dich bei uns zur kostenlosen Flirty.Karismanalyse. Der Link ist www.flirtanalyse.de Lies dich einfach mal ein, schau auf der Seite, was du da findest und dann sehen wir uns in der kostenlosen Flirty.Karismanalyse. Dominik, bleibt uns nur noch die Autofahrt zu wünschen oder bleibt uns noch was anderes? Genau, fahr vorsichtig. Was bleibt uns anderes übrig? Fahr vorsichtig, mein Lieber. Bleib uns alle und der Frau, die du noch kennenlernen wirst, erhalten. Denk ans Win-Win. Es geht jetzt nicht darum, dass du ganz schnell fährst, weil es Spaß macht. Es geht auch nicht darum, dass du wie eine Ente langsam fährst, weil du keinen Unfall bauen willst. Bleib entspannt, fahr vorsichtig und bleib deinen Mitmenschen noch lange erhalten. Wir freuen uns, wenn die zuhören. Bis dann, mein Lieber. dass du auf Zeit für die garantiert vorsichtig als aufkarte jetzt? Bis dann, mein Lieber.